So, hallo zusammen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es heute mal ein sehr spannendes Video zu einer Fußstütze und zwar von der Marke Ergusund. Und die wollen wir uns heute mal anschauen, mal ausparken, mal hier ein paar kleine Tests durchführen, mal die grobtechnischen Daten kurz durchgehen und auch zum Schluss hier ein kleines Fazit ziehen. Also, falls ihr Interesse habt an die Ergusund-Fußstütze, bleibt bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, legt man auch direkt los. Noch eines, Farbe, ich werde euch die Fußstütze hier auch selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal dort rein, klickt mal dort auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zur Produktseite, wo es die auch hier zu kaufen gibt. Darf ich sagen, gucken wir uns das mal kurz zuallererst von außen an und werden die dann auch hier direkt rausholen. So, schauen wir uns mal kurz hier die Verpackung an. Ihr könnt schon sehen, Ergusund ist praktisch hier die Marke, die diese Fußstütze vertreibt. Und natürlich gibt es auch hier das gleiche passende Motto, Qualität, die Haltung bewahrt. Also, die Marke hat sich definitiv auch sehr hohe Qualität spezialisiert und möchte natürlich auch, dass ihr praktisch hier sehr ergonomisch unterwegs seid. Und dann gibt es hier ein schönes kleines Bild von den beiden Gründern und zwar hier der Adrian und der Robert. So, da gibt es hier noch einen QR-Code drauf, den kann man einscannen, da kommt man wahrscheinlich hier zur Produktseite. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon, hier steht nicht mehr allzu viel drauf. Wir drehen es mal kurz hier oben, da können wir schon praktisch den Verlauf von dieser Fußstütze sehen. Wir haben also zum einen mal hier so ein Unterteil und dann ein Oberteil. Wir gehen mal kurz hier hin, da sieht man auch nicht mehr allzu viel. Hier nochmal seitlich Ergusund und ja, da würde ich sagen, packen wir das Ganze einfach mal direkt aus. Ich mache das Ganze mal kurz so ein bisschen seitlich auf. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr praktisch hier nicht den Stoff beschädigt und dann holen wir das Ganze einfach mal direkt raus. So sieht das gute Stück aus. Jetzt gucken wir uns mal kurz hier die Zettel an, da können wir hier schon das Team von Ergusund sehen. Also das ist hier wirklich ein junges Startup, das sich praktisch hier schon einen sehr guten Namen gemacht hat. Hier nochmal auf der Vorderseite dann der QR-Code, wo man praktisch hier zum Produkt kommt. Wir schauen uns nochmal kurz hier diese zweite Seite an, also praktisch die hier. Da könnt ihr auch sehen, Ergusund spendet sogar hier einen Teil seiner Gewinne an das Deutsche Rote Kreuz, was man denn natürlich auch hier sehr hoch anrechnen muss. Dann steht hier nochmal was zur Mission von Ergusund drin. Die Folgen einer langfristig falschen Sitzhaltung sind fatal. Rückenschmerzen sind nicht umsonst die Volkskrankheit Nummer 1. Wir wollen gegen diese schädliche Entwicklung vorgehen, sowie ihre Gesundheit erhalten und schützen, damit sie unter ihrer Arbeit nicht leiden müssen. Also hier ist ganz klar die Mission, dass man natürlich hier den Käufer, beziehungsweise hier derjenige, der das praktisch dann auch hier anwendet, schützen möchte vor langfristigen Folgen bei einer falschen Sitzhaltung und natürlich auch hier vor Rückenschmerzen. Da nochmal eine E-Mail-Adresse und es gibt sogar eine WhatsApp-Nummer, wo man sich praktisch direkt hier an den Support wenden kann. Also wirklich gut gemacht, finde ich sehr schön, dass man hier auch so viele Ansprechmöglichkeiten hat oder so viele Servicekontakte und da wird mir auch hier garantiert schnell weitergeholfen. So, schauen wir uns mal kurz hier das Ganze an. Ihr könnt schon sehen, das macht hier einen sehr schönen Eindruck und dann würde ich einfach mal sagen, gucken wir uns mal kurz hier die Fußstütze nochmal im Detail an. Wir haben hier einen sehr schönen schwarzen Stoff, der hier einiges hermacht, fühlt sich wirklich sehr weich an und ist wirklich hier super angenehm. Wir gehen mal kurz die Seite hier durch. Ihr könnt schon sehen, das sind praktisch hier solche zwei Teile. Diesen praktisch hier mit so einem Gletschverschluss verbunden. Ich mache das mal hier kurz auf und da haben wir natürlich die Möglichkeit, hier die Fußstütze in der Höhe zu variieren. Also ihr könnt praktisch hier das auch weglassen oder dementsprechend natürlich auch hier wieder dran tocken an diesen Gletschverschluss. Ihr könnt somit auch hier ein bisschen individuell die Fußstütze in der Höhe einstellen, was ja natürlich nochmal ein deutlicher Pluspunkt ist. Schauen wir uns mal kurz die Unterseite an. Wir haben praktisch hier solche kleinen Gumminoppen dran und die sorgen einfach dafür, dass praktisch diese Fußstütze so gut wie nicht hin und her rutscht. Auch hier auf diesem unteren Element, auf dieser kleinen Erhöhung sind solche Gumminoppen drauf. Ich gehe mal ganz nah hin, könnt ihr schon sehen, so sehen diese Gumminoppen aus und die sorgen natürlich dafür, dass man hier natürlich einen sehr guten Halt hat. Ich lege das jetzt gerade mal kurz so hin und ihr könnt auch schon sehen, man kann praktisch hier so dagegen rütteln, schubsen und machen und tun und es bewegt sich hier so gut wie gar nicht. Also hier ist die Stabilität wirklich sehr gut gegeben und es rutscht euch auch garantiert nicht auf eurem Fußboden. So, machen wir das mal kurz weg. Und dann schauen wir uns mal kurz hier an, ob das praktisch hier bei diesem kleineren Element genauso ist. Ich lege es gerade mal kurz hin und da könnt ihr auch schon sehen, das ist hier wirklich bombenfest und verrutscht euch ebenfalls nicht. Also hier hat schon mal den ersten Test auf jeden Fall bestanden. Der Rutschtest fällt hier schon mal sehr gut aus. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als nächstes kurz zum Schaumstoffkern über und zwar sagt hier ErgoZone, dass sie einen Premium-Schaumstoffkern hier in ihrem Produkt verwenden, der natürlich auch hier sehr formstabil ist. Also auch wenn ihr das praktisch hier den ganzen Tag verwendet, sollte sich praktisch hier keine Einkerbungen ergeben, sondern das Ganze ist praktisch hier formstabil. Ich drücke das mal kurz so runter, machen wir mal einen kleinen Test. Ihr könnt schon sehen, da gibt es auch hier keine Kuhle oder so. Also auch hier ist es schon mal sehr formstabil, was ich hier sehr gut finde. So, da kann man natürlich den Überzug natürlich wegmachen und da gucken wir uns gleich mal kurz an, was praktisch hier drunter ist. Wir machen das gerade mal kurz hier so auf das Produkt, die Fußstütze und schauen uns mal kurz hier diesen Schaumstoffkern an. Also, so sieht also hier dieser Schaumstoffkern aus und dann könnt ihr das auch hier schon zusammendrücken, egal wie, könnt ihr es komplett quetschen. Der Schaumstoff, der kommt praktisch hier komplett in seine Ausgangsform zurück und es sieht praktisch so aus wie vorher auch. Also das ist wirklich top, ist wirklich ein hochwertiges Produkt, was auch hier wirklich mit dem sehr guten Schaumstoffkern daherkommt. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich hier das auch waschen, also ihr könnt es praktisch abmachen, dann könnt ihr es wahrscheinlich auch hier waschen. Wenn ihr das praktisch mal längere Zeit dann verwendet habt und dann macht ihr das einfach wieder so zu. Also, der Schaumstoff kam rein und dann könnt ihr ganz einfach hier mit diesem Reißverschluss das Ganze hier dementsprechend wieder zumachen. Schauen wir uns noch kurz hier die Verarbeitung außen an. Ihr könnt schon sehen, das macht hier alles einen guten Eindruck. Der Reißverschluss ist hier wirklich sehr sauber hier eingenäht. Auch sonst sieht es hier sehr gut aus. Wir haben hier keine Nähte, die praktisch hier irgendwie schlecht dann verarbeitet sind. Auch an der Seite ist hier alles gut zusammengefügt und hier wurde dann nochmal seitlich das Ergosund-Logo hier eingestickt, was auch optisch schon mal einen sehr guten Eindruck dann macht. Also, so wie praktisch zum Oberteil, zur eigentlichen Fußstütze, kommen wir nochmal kurz hier auf den unteren Teil zu sprechen und zwar hier praktisch auf die Erhöhung. Hier ist praktisch dann nochmal der Klettverschluss eingearbeitet. Auch das sieht sehr gut aus. Auch hier können wir natürlich ebenfalls den Schaumstoffkern entnehmen. Ich mache das mal gerade so kurz für euch auf und dann kommt praktisch hier dieser Schaumstoffkern raus und es ist auch hier ein 100% hochresistenter Schaumstoffschwamm, der natürlich auch hier sehr lange heben sollte. Also, Top-Produkt. Ich denke mal, da kann man sich auf keinen Fall beschweren. Es gibt viele Fußstützen, da ist es nicht der Fall. Da kann man hier das weder wegmachen noch waschen. Von dem her gibt es auch hier wirklich ein sehr positives Fazit. Kommen wir mal kurz zurück auf den Schaumstoff. Und zwar hat hier Erkosund einen 32D-Schaumstoff verwendet, was hier in der Produktbeschreibung drin steht. Und das sagt auch hier einiges zur Qualität zu dieser Fußstütze aus. Also, die verwenden hier praktisch nur die hochwertigsten Materialien, wie auch hier diesen Schaumstoffkern. Kommen wir noch zu einem weiteren Pluspunkt. Und zwar könnt ihr die Fußstütze auch einmal kurz hier umdrehen und dann habt ihr praktisch hier die Möglichkeit, mit euren Füßen so ein bisschen hin und her zu wippen. Und es fördert auch hier natürlich das dynamische Sitzen auf eurem Bürostuhl, was hier ebenfalls von Vorteil ist. Also ein 2-in-1-Produkt, was ihr praktisch wahlweise so oder natürlich auch hier als ganz normale Fußstütze ebenfalls verwenden könnt. Kommen wir also nun zu unserem Fazit zur Erkosund-Fußstütze. Und das fällt hier wirklich sehr positiv aus. Angefangen von diesem Überzug, der hier wirklich sehr flauschig ist, der sich sehr gut anfühlt und dem auch hier ganz einfach waschen kann. Bis hin zum 32D-Schaumstoffkern, der hier wirklich sehr formstabil ist. Ihr könnt es schon sehen, da könnt ihr praktisch hier reindrücken, draufhämmern oder sonst was mitmachen. Die Fußstütze hat praktisch immer die gleiche Form und geht in die Ausgangsposition zurück. Und ist somit ideal auch hier für einen längeren Büroalltag bestens geeignet. Drittens habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, hier die Fußstütze in der Höhe zu verstellen. Einfach praktisch hier das so abmachen, ist mit Klettverschluss dran. Also auch das ist sehr gut umgesetzt. Und dann gibt es noch hier das verbesserte Anti-Rutsch-Konzept, also so viele kleine Kunststoffnobben, die natürlich hier dafür sorgen, dass sich diese Fußstütze auf dem Boden so gut wie nicht bewegt und kaum hin und her rutscht. Ich zeige dir das nochmal kurz, lege die ganz einfach so hin. Und da könnt ihr auch schon sehen, das rutscht hier gar nicht. Es ist wirklich sehr gut am Boden fixiert und sollte auch hier immer auf Position bleiben. Also abschließend können wir sagen, dass hier die Fußstütze von Airbusun wirklich top ist. In meinem ersten Test macht die wirklich einen erstklassigen Eindruck. Es gibt hier zahlreiche Punkte, warum man sich diese Fußstütze holen sollte. Und jetzt werde ich gleich nochmal ein zweites Video erstellen. Und zwar werden wir jetzt hier mal die Airbusun-Fußstütze mit weiteren Fußstützen vergleichen und auch testen, um zu schauen, ob praktisch die Airbusun-Fußstütze auch hier der Testsieger aus dem Fußstützenvergleich dann sein wird. So, das soll es nur gewesen sein zur Airbusun-Fußstütze, zu diesem ersten Video, zum Unboxing und zum kleinen Praxistest. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, gebt mir hier einen Daumen hoch. Und ich werde euch selbstständig hier diese Airbusun-Fußstütze auch hier in der Videobeschreibung verlinken. Also schaut mal rein, klickt mal dort drauf und dann kommt ihr direkt zum Produkt. Da würde ich sagen, gehen wir auch gleich über zum zweiten Video, wo wir hier diese Airbusun-Fußstütze mit weiteren Konkurrenzmodellen mal vergleichen, um zum Schluss hier unseren Testsieger feststellen zu können.